Jedes Mal nur ein Camper. Also mehrere natürlich, aber alles voller Camper. Hahaha, war der doof, Alter. Ich stand genau hinter dem, der dreht sich um und trifft mich nicht. Ich hatte heute ne Lobby, wo sie auf Slug Tower alle in den ein Gebäude gehabt haben. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Ja, das hab ich immer mal nachgesetzt gemacht. Mir gehört nicht so wirklich gut rein. Liegt da nicht mehr. Ich hab mich absichtlich von ihm abstechen lassen und hab ihm die Sam-Tags am Kopf geheftet. Und er denkt so, ja, schön kill und dann bumm. Da kann man mal sehen, wie hohl manche Gegner sind ey. Da, ne? Warte. Aber wo sind denn die alle? Er hat mal getötet. Hehehe. Nein! Boah, hab ich Glück gehabt. Bitte jetzt. Da würde ich ja voll ausrasten. Ich glaube, das wurde einmal geschaufelt. Auch noch geschaufelt? Dann hab ich eben mit dem Grabmesser, äh, das Rückenmesser. Aus Rache. Heftig. Jaaa. Ich sterb schon wieder. Ich sterb schon wieder. Das will doch nur mal ein 36. Hey. Dann hab' ich deken. Ich sterb schon wieder. Ich sterb schon wieder. Ich sterb schon wieder. Was ist für dich denn? Ja, klar, Mann. Oh, meine Träger. Ich sterb schon wieder. So ein Schläger ist seine Mama ey. ich habe Ich dachte eigentlich, dass die Granate noch ankommt. So, den haben wir. Nein! Wir konnten uns gerade noch von der Granate retten und dann holt uns einer von der Seite. Gibt's da nicht. Der Feind kriegt eine Granate. Da in der Ecke, wo die jetzt weiß ich wo der ist. So, kommen wir mal schnell die Bombe raus. Boom, Alter, wir haben sogar noch einen erwischt. Geil, ganz gerne mit der Klasse. Komm. Der wird mir gemobbt. Geile Action, Alter. Dass die noch angekommen ist. Hammer. Ja. Vielleicht zwei jetzt nicht mit gerechnet. Ah, Mann. Ich brauche unbedingt, dass ihr weiter dem Magazin für die Knarre. Ich brauche. Wir verlieren Ziel, Anton. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Anton ist verloren. So, komm, ich warte. Ankillerie ist bereit. Wartet auf die Ordination. Wartet auf die Ordination.